Willkommen. Wir schauen uns heute 20 Minuten Till Dawn an. Mal umgestellt auf Deutsch. Den haben wir Start. Der HP kann einmal pro Stufenaufstieg neue Waffenverbesserung aussuchen. Okay, können wir uns dann später freischalten. Was ist das dann die Währung? Viele verschiedene Charaktere. Nehmen wir ihn jetzt. Drogen, Granatwerfer, Brotflinte, Karmbrust, Feuerkanone, Topfel der SMGs, Schädermorswaffe. Wir haben jetzt den Revolver, 20 Schaden, Projektil 1, Nachleidezeit 1. Können wir uns mal angucken. Okay, 15 verschiedene Schwierigkeitsstufen. Normal, schnell und endlos. Dann spielen wir erst einmal ganz normal. Cool, drei verschiedene Maps. Lass mal alles schön freischalten. Ah, okay. Also wenn wir schießen sind wir langsamer. Diesen tun wir mit links. Klick. So. Frostmagier, Feuermagier, Doppelschuss. Darüber geht es sich um die Speere zu finden. Die können wir auch noch verbessern. Dann nehmen wir die Speere. Oh, die machen auch einen Brutschaden. So. Magische Linse. Dunkle Künste. Ah, wir können die auch verfluchen. Ja, dann nehmen wir jetzt auch noch so eine Sensor. Wir haben auch eine Sensor und zwei so schwere. Das ist auch schon mal gut. Ich stand eben doch am Anfang, wir können irgendwie Auto zielen. Ah. Okay, auf Leertaste geht Auto zielen an. Brauchen wir also nur noch schießen. Ich bin erfahrungspot einsam. Mit den Farben bin ich cool gemacht. Oh, hier ist so eine Verbesserung. Oh, wir kriegen nach jedem 400 betöteten Gegner ein Seelenherz. So, warum ist es? Vielleicht hier oben für ein Leben mehr haben? Das hier. Kein Lebenspunkt mehr. 20% ausreichend. Affenschaden und Rückenschaden. Lieber, dass ich mich einsammeln. Einsammeln. So. War gut, das war schon hier so fair und alles haben. Wirklich. Wo ist das Schluss? Ach, nur Schaden. Ich muss auf Feuerrad. Freiliges Schuss. Ja, was nehmen wir jetzt für unsere eigentliche Waffe. hier bei dem Schild noch. Und hier bei dem Schild noch. Und ein Blitz. Ja, nehmen wir mal das heilige Schild. Dann können wir wenigstens einen Treffer verkraften. Ich weiß nur nicht, wie nah da, wenn die Gegner ran können, bevor die uns Schaden machen. Sollten wir am besten am Anfang aufpassen, solange wir noch nicht stark genug sind. Also jetzt haben wir ja den Schild. Aber man weiß ja nie. Gut, die Speere machen mehr Schaden. Ich glaube, höherer Schaden ist aber hier ist noch was. Wir könnten den schneller machen. Dann nehmen wir wir nehmen mal die Sense. Die fliegt hier so schön um uns herum. Cool ist auch, dass die Gegner explodieren ab und zu. Das haben wir gut ausgewählt. Stimmt auch bessere Kombinationen, aber ah ne, das sind so andere Gegner, okay. So. Hörer in Sturm. Hier ist das Elenherz wieder. Schneller. Wehrrate. Was so gut ist. Mehr Schaden mit unseren Schüssen. Da glaub ich schon nicht schlecht. Ist das nicht schlecht. Oh, ein Seelenherz nach jedem 500 getötet zum Gehirn. Sichtweite. Leiden 5 Schaden. Okay. Plus weichen. 5 Schaden plus. Wie nehmen wir das? Ärgerlich, das war wenn wir fließen. Langsamer werden. Dann müssen wir vielleicht gleich doch mal Bewegungsgeschwindigkeit nehmen. Oh, da kommt ein größerer Gegner. Unser Schild ist weg. Nachladegeschwindigkeit. Ja, wir nehmen lieber Nachleidegeschwindigkeit erstmal. Oh, der hat eine Kiste gedrückt. Mal gucken, ob sie... Ah, na. schneller lerne, erhöhe Erfahrungsgewinn um 40. Ist ja cool. Ja, nehmen wir jetzt Bewegungsgeschwindigkeit. Dann können wir nach dem Schießen. Mal noch kurz ausweichen, wenn nötig. Ach, Landort. Mal noch erst mal die Schäden. Mal noch auf dem Schaden des Schaden. Mal noch auf dem Schaden. Mal noch die Gegner. Mal noch die Schaden. dann dann schneller laufen nehmen wir mal jetzt sind wir aber zu schnell einsammeln wieder laufen und schießen laufgeschwindigkeit wir nehmen erstmal das hier laufen und schießen wir sind jetzt ein bisschen schneller wenn wir beim schießen bewegen dass der nachteil gleich wieder ausgeglichen das war langsamer sind verschließen ich denke mal die sense und die späre sind keine bespürungen dann nehmen wir jetzt hier das mit diesem platzen ob technisch macht das spiel also ein bisschen farbe und das wichtigste alles rot und wo ist das einmal ein kleiner minibus und ein rahmen hinterbewegung ich glaube immer noch nicht dass das bespürungen ich drinnen und das war ja auch hart immer das Oh, er hat uns gebraucht. Ich muss doch mal wieder Autos zählen anmachen. Ok, der Kasten ist weg. So, muss man ja gut lesen. Abprallende Kugeln plus 2 Waffenschaden minus 25 maximal lebenswert. Gut, also. Erhörungsgeschwindigkeit, Erhörungsschaden. Noch aber nichts. Nehmen wir alle Kugeln. Ok, wir sind nicht beschraubender Schmau. Zielgeschwindigkeit. Ausweichen. So, oder? Erhörungen bei einer Inhandwaffe. Knappstrolle ist jetzt. Egal, oder? Gingen wir bei der Faulkung herum. Oh, jetzt kommen Gegner die Kugeln schließen. Da bin ich ja mal echt langsam beim Ausweichen. Oh, der stirbt gar nicht nach einem Schuss. Ich weiß davon. Wie sind es noch mehr Schaden? Naja, der Schild ist nicht aktiv. Ach, nur Schadenprojektiv. Wenn Blitze einen Gegner einschlagen, hast du 20% Chance, Munition um 3 aufzufüllen. Das bringt bei 6 Schuss jetzt nicht wirklich aus. Gucken wir mal schnellere Projektile und Waffen schon. Da geht auch gut aus. Ja? Gehen. Fertmauer knapp. Da ga oben kurz vorhin gehen. Dann müssten wir es mit den Seelenherzen vielleicht doch mal in Angriff nehmen. weil das die lense und wäre und die erfahrten oder sowas machen nachlade munition drei minuten und jetzt nicht nur noch ein herz nehmen wir jetzt mal unser schild ist wieder aktiv ohne dass ich wirklich wieder flüten geht schaden nachladegeschwindigkeit oder seelenherz jeder 400 gegner das schnell zusammen bekommt und mal sehen das war noch ein paar augen uns können so nachladegeschwindigkeit mehr auch noch das mit dem seelenherz wir nehmen mal das mit dem nachladen so jetzt hier war nicht gut das gute ist, dass wir den drachen nicht genommen haben 4.000 damit können wir uns charakter freifalten das sind die sachen die wir hatten hier wird nochmal angezeigt welcher charakter welche waffe also sind das hier vielleicht die level die wir haben und das die getöteten gegner haben wir mal dass wir einen anderen charakter nehmen wir haben zwar nur 2 hp aber alle 25 erledigten gegner wandeln wir und könnten wir mal ausprobieren ausprobieren dann müssen wir mal ausprobieren dann müssen wir mal ausprobieren dann müssen wir mal ausprobieren ja jetzt sind wir wieder langsam dann sind wir mal ausprobieren oh hier kriegen wir direkt die blitze das ist ja cool das ist ja cool ja dann machen wir jetzt mal flügel das hatten wir eben nicht wie lange bleiben wir auf der wandel ok bis wir blinken wenn wir blinken verwandeln wir uns also zurück wir haben ja blitze schon aktiv blitzeschlangen um nur wenn wir selber schließen ich wenn wir verfluchte gegner nehmen wir haben ja auch eine sekunde länger um das ist 100% schaden aber das war ja nicht so wie hoch der ist nehmen wir lieber das hier 30% mehr schaden und aktivierung bleibt gleich vor wir blinken wenn wir uns zurück verwandeln scheinen die gegner nach hinten gestoßen zu werden da ist jetzt ein totenkopf auf dem einen gegner das wäre erst verflucht mit dem langsam laufen wenn man schießt wollen wir durchlaufen direkt ein level ablösen elektro käfer ich schwöre ein elektro käfer der blitze in nahe einschlagen machen ja jetzt diesen worden anders und nehmen wir mal den elektro käfer der funktioniert auch wenn wir verwandelt sind ich bessere nachlagergeschwindigkeit oder heilige schuld feuerrater schneller bewegen wir nehmen wir jetzt haben wir so eine linse die um uns und und verwandeln das ist ja geil nachladen sehr gut ja den hat man eben nicht nehmen wir jetzt mal diesen gast mit so einen krassen die lexpokäfern können wir noch so einen geisterbrunnen brauchen ich noch irgendwie was damit verbessert schießen aber wir sind verwandelt das ist ja gut guck mal den können wir gar nicht machen die großen schlüsse die durch eine magische linse geschossen werden erhalten zwei mal direkt drei gegner holen ließen ja und die durch die linse bevor wir ein gegner gekauft immerhin doppelte anzahl an das ist nun so gesehen dass man geschlecht dieser große nach der will und jefer tun die sterben wo er ist rot dieser verwandelt die kiste und gleich war ein bisschen erfahrungsmittel die minuten ausweichen jetzt das mit dem schwörungen gut wir haben ja beschwörungen jetzt blinken wir bleiben wir hier also wir schießen nie welle wenn wir auf dem final sind ja ich schießen schneebeln war sehr groß ja nicht verwandelt sind sind wir ganz schön langsam ja dann nehmen wir das mal weil keine suchen ausgewählt haben verliert ja irgendwie mit unserem waffenfaden dann wäre gut wenn wir den ein bisschen hoch machen ja hier haben wir glaube ich weniger probleme mit dem charakter aber ich bin so weit auseinander das kann auch noch in der zeit gerade spielen also vielleicht besser aus wenn mehr gegner kommen dann sind wir ja nicht so weit laufen das ist jetzt aber ja nicht so gut wir sind verwandelt ha 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 oh gott wir können ihn nicht ich kann ja duf ich kann schießen während wir verwandelt sind das sind eine linse schlüsse die durch die magische linse geschossen werden ursachen brand jeder blitzschaden wird erhöht um 12 höhe außerdem den blitz wirkungsbereich nehmen wir blitz wir warten hier ist was für ein geist ab ein prozent dann nehmen wir erstmal das bitte weiß wir sind zurück wenn wir langsam ein prozent können wir doch nicht schießen ok das habe ich mir eingebaut ich habe gedacht wir können schießen wenn wir wandeln und getötet machen wir autotieren wieder an schön in die nähe der kiste was kriegen wir jetzt bewegungsgeschwindigkeit maximal lebensbeheuerkotten sind wir ja gleich tot führungsschaden plus 50 führungsangriffsgeschwindigkeit plus 50 nachlagegeschwindigkeit runter also immerhin kein leben weniger das geht ja noch kunden verwandelt also das benutzen wir jetzt einfach nur um eine erfahrungskunde einzusammeln was ist das denn wegner explodieren in drei buchen einfach mal nehmen sie wird jetzt aber ja gut voll auf dem bild nein wenn man zurück wandelt aber ich nicht auch über wenn wir schon trefft mit den seelenherzen haben man noch nicht oder das hätten wir doch längst irgendwie so ein dinge und wir die gegner hier so rumstehen und wir müssen sehr weit laufen für die erfahrungspunkte ganz schön weit weit rum alle effekte deiner magischen linse werden verdoppelt und die größe deiner magischen linse sind wir jetzt ja ok die ist doch eh nicht sehr groß also schnell die platz machen die hier so kugeln schießen das geht ja mal gar nicht oh wir fallen zurück wir müssen uns doch vielleicht irgendwie schneller machen vielleicht auch noch den geisterfreund upgraden oder so hier ist noch was mit einer linse das geht eigentlich wenn wir alle vier haben leider steht nichts zur auswahl mit vielen herzen nehmen wir jetzt was durch die kinderlinse hier mal schön darauf achten wir blinken wieder und zwar dann zurück aber das mit dem blitzen diesem blitzkäfer mit diesem geisterfreund ist richtig genial finde ich wir brauchen gar nicht mehr so oft schießen wir brauchen dann zurück wenn die gegner jetzt hier sehr nahe sind wir brauchen dann wieder brauchen dann so jeder zehnte gegner durch fluch gestorben sind erhöhen deinen waffen für immer oder was aber warte die müssen durch fluch sterben werden ja zwar verflucht und dann nehmen wir lieber was nehmen wir dann wir müssen das ja einfach mal testen werden zwar verflucht aber sterben die dadurch auch wirklich das ist die frage jetzt aber ja jetzt haben wir mit dem folger oh nein wir blinken wir blinken also müssen aufpassen wenn wir blinken immer schön in den gegnern weg spürung schaden plus 30 das ist das ja jetzt wollte ich wieder schießen wir sind die zeit die wir verwandeln bleiben ist aber auch nicht so aber dafür verwandeln wir uns ja auch wo wir blinken also man kann das 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 ist das hier an nötige erfahrungspunkte zu kommen ist auch mit uns gesicht alles so weit auseinander auch hier geisterfreund ein projekt mehr wie oft kann man das auswählen nicht weit eben immer geisterfreund er ist so gut wandeln und so oft sehr gut erfahrung in die somit kommen damit man auch bei nette ist offen jungen schaden ja oder wie neben mal lieber das mit den seelen herzen wenn sich das hier super mal lieber und wie diese seelen herzen und bringen die wirklich leben mehr sind dann wie das funktioniert doch hier rumliegen die einsammeln immer die mitte zählen wir jetzt auch seltsam wo wir haben eins links oben zu sehen wir mit drei herzen neue gegner die sind aber schnell führungsangriff noch 15 getötet nehmen wir mal ein prozent mehr schauen noch mal 15 gegner jetzt werden die gegner ja schneller und auch herkont haben wir lieben das war schon von vorteil wenn unsere hörungen dann ist jetzt auch ein bisschen mehr schaden aufbauen können wir haben ja zum glück noch die blitze langsam hier ganz viele und wenn man nur noch die bau und wieder die rote kugel das war voller wird kann man das mit dem ein wenn ja noch nehmen kurz weil ich eingefroren werden oder haben wir uns aber rechtzeitig aufbauen führungsangriff schaden hier ist man und 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 all down lightning wenn eventuell ich bin sehr toll und schaden ist bei beiden dasselbe also sind gerade verhandelt das wir schneebälle schießen ist echt cool irgendwie das seelenherz bekommen also logischerweise jeder von den gegner aber eingesammelt oder einfach so bekommen fast eine kiste charaktergrößt plus 50 bewegungsgeschwindigkeit plus 30 beschwungsschaden plus 30 cool dann gehen wir jetzt ein leichteres ziel ab aber naja ich weiß auch nicht ob wir vielleicht in so einem herz noch freigedüst sind heister freund macht jetzt auch was wir seelenherzen werden in echte herzen gut wir haben ja eins aber da habe ich auch keine ahnung ob wir auch noch keins gesehen oder hier rumlaufen sieht jetzt aber nicht so aus 500 gegner sollten wir doch langsam aber sicher schon mal besiegt haben oder bei allen 25 gegnern verwandeln wenn man die nicht automatisch bekommt müsste doch hier irgendwo eins rumliegen da sein ok bei dir ist jetzt aber voll der charakter macht wirklich spaß der charakter macht wirklich spaß der charakter macht wirklich spaß noch mehr durchdringen wir nehmen das hier wir nehmen erstmal das weil der geisterfreund und so die kovalieren ja mit unserem schaden aber ärgerlich dass wir größer sind das zeigt so ein gutes ziel ab und jetzt sollten wir vielleicht doch mal übereinfuhren hier aufsteigen geht jetzt aber voll ganz schön wir kommen jetzt nicht sehr viel zu nah nein 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 genau das mit ich finde diese seelenherzen sind schwer zu finden das mit die seelenherzen sich ein echter herzen jetzt nur viele seelenherzen dann ist das mit diesen ganzen noten überleben ja auch gleich gar nicht so schwierig ach nur schaden 15 prozent wenn seelenherzen ja wir nehmen mal lieber hier nur um schaden mehr der geisterfreund ja einfach nur bittend 2 mal lieber gucken ob hier irgendein seelenherzen liegt und waren immer noch recht schnell das war gut so geht doch ich mach hu ich hab ich schleasen nicht oh nein wir wollen wir kaufen ein bisschen abbauen vor dem, ein bisschen einsam mehr nehmen oh hier kommen jetzt und wieso fliegen andere fliegen nirgendwo eine verbessere, hab ich gesehen aktile nicht weite 25 schaden von glanz wird ah ok ich bin ehrlich, wir kriegen den jetzt irgendwie nicht so sonderlich getötet machen doch schaden wenn wir in den laufen oder nicht den können wir auch nicht getötet werden ok noch eins, lichtweite und wird doppelt so oft verursacht geschworen melzer der elemente höhe, brand schaden, blitzschaden, frost, stauer fallene kugel, waffenschaden, lebenspunkte, minus eins beschwörungsschaden, ja das nicht hab ich gar nicht so drauf geartet, also der hier lebt noch, wo ist der andere oder wir konnten auch erst eben aussuchen was war das was hat irgendwas mit unserer verwandlung zu tun ja erfahrungspunkt rum wir kriegen ein seelenherz, werden wir ein seelenherz verlieren da steht da bestimmt was anderes oder? nur ein seelenherz verlierst nur ein seelenherz macht einen das nicht unsterblich? und irgendwie falsch verstanden könnt ihr mir ja gerne meine kommentare ausschreiben, was das eigentlich heißen soll ja nicht heißen, was ich denke, was soll ja das ja in diesem endlos one voll über port was soll denn hier noch ja, angriffsgeschwindigkeit oh, jetzt kommt übrigens wieder kleine gegner fachenseelenherz fehlt natürlich besonderer wir das verlieren, wenn wir getroffen werden und zwar durch ja eins abgezogen wird nicht durch das verwandeln wir verwandeln die in richtige herzen wo wir uns da freigeschaltet oder ausgewählt ob wir ja ein wohin doch wir brauchen die oder genau da ich wir kriegen 15 prozent mehr schaden wenn wir nehmen das jetzt einfach mal das ist ein seelenherz Das ist ein sehr schönes Spiel. Man muss halt überleben. Ich finde, dass man sich wahrscheinlich gute Kombinationen ausruft. Und hier ist wahrscheinlich auch noch eine andere, bessere Startwaffe. Ich glaube, auch diese Fledermauswaffe. Vielleicht, was die hier ganz gut zufällig ist, kann ja sein, dass das eine Beschwörung ist. Googeln das, wenn sie mal einen Waffenschaden durchtrennen. Führungsangreifen. Und Blitze. Naja, wie Blitze so? Aus dem Seelenherz. Das ist ja Blitze. Ah, wir sind aber nicht. Wir blinken, wir sind zurückhaltend. Also, der Charakter ist bestimmt echt nur gut mit Beschwörungen. Oder eine Rüpper-Schnellfeuerwaffe, die viele Gegner auch stötet. Boah. Ich muss ja viele Gegner töten, um sich zu verwandeln. Umso schneller ich kann ja sterben, umso besser ist ja dann natürlich. Dann ist das mit den Blitzen in der Beschwörung oder Schnellfeuerwaffen. Jetzt. Ich habe keinen End-Boss. Böö. Naja. Bauder. Aber cool, wir haben es geschafft. Direkt mit dem zweiten Charakter. Das hier scheint bestimmt nur die Level zu sein. Wir töten den Gegner vielleicht. Und die Zeit, zu überleben. Dann kriegt man die meisten Punkte wirklich fürs Gegner töten. Also muss man irgendwie noch viel mehr schießen. Oder schneller noch. Oh, das war ja cool. Dann können wir jetzt eigentlich jetzt hier in der Null drunter. War bestimmt geschafft. Aber je auf diesem Schwierigkeitsgrad den wir auswählen konnten. War doch irgendwo da. War bestimmt Null, weil wir so hatten. seine Gegner schweinhaft. Okay. Jetzt die Frage. Die Fledermäuse, die Gegner verfolgen Fledermäuse sind gleichzeitig als Projektil und Kuh und als Beschwörung. Das wäre ja eben super gewesen. Und was bringen dieser Kuh Waffen Führungsschaden Das kostet 12.800 Stufe. Wahrscheinlich kostet die nächste Stufe 4.1 1.315 und 2 vielleicht dann schon mehr. Sollen ja noch sehr viel freischalten. Gut. Dann wissen wir jetzt dass auch Fledermäuse als Beschwörung gelten. Haben auch direkt beim ersten Versuch einen neuen Charakter freigeschalten mit dem es auch direkt geschafft. So dann kann man noch die anderen hier freischalten. Ich weiß gar nicht jetzt was sinnvoller ist. Ach Fähre erstmal freischalten. Oder vielleicht eine Waffe die hat ja funktioniert. Also wenn ich ja Sammos Waffe dann irgendein Charakter zum Anschluss sind auch noch unterschiedlich teuer. Sicher kostet weniger. Fähment Eben dritten Schuss wirfst du eine Welle aus Feuer Gegner für drei Schaden pro Sekunde im Brand setzt. Oder Pyromane blicke die rechte Monsters um einen Schatten Klon zu beschwören nahe Gegner angreift. Seine Schüsse haben eine Chance für 50 und einen Blitz für 5 Schaden einflagen zu lassen. Dann wäre mit hier zum Beispiel irgendeine Waffe die sehr viel Munition und sehr schnell schießt. Wäre diese Patrole gar nicht so gut bei ihr. Da gibt es bestimmt richtig gute Kombinationen mit den Charakteren und Waffen. Schwöre ein Geist wenn du Gegner tötest geistert verfolgen nahe Gegner und verursachen 8 Schaden. Und dann noch wenn du nachlädst erschaffst du ein schwarzes Loch welches nahe Gegner an. Bei jedem sechsten Schuss erscheint ein gefrorener Schmetterling welcher nahe Gegner regelmäßig einfriert. Wenn Gegner bereits eingefroren sind dann nehmen sie stattdessen Schaden in Höhe seines Waffenschadens. Also müsste man bei ihr zum Beispiel aussuchen mit dem Einfrieren wäre dann bei ihr gut. Schicke die rechte Maustaste um schnell deine übrige Munition in zufällige Richtung zu schliegen. Ja auch cool wenn eine sehr hohe Nachlade Geschwindigkeit hast zum Beispiel irgendeine wieder eine Waffe mit viel Munition schnell schießt aus der Stadt zu schießen also normal mit links dann dreht nur die rechte Maustaste gedrückt halten Drehst du dich wie so ein Heavy wie kennen und schießt überall Hmm können wir uns das noch leisten stellen sie frei irgendeine Waffe die Projektile ein da war Ambrust da kann Munition steht hier hinten also 24 12 1 2 4 6 6 und die hier jeder Mauswaffe hätte 12 Müll der Mauswaffe funktioniert ja eigentlich also nur die hier ist guck mal die hat doppelt so viel Munition macht aber halb so viel Schaden nachladet 2 Sekunden die lädt sogar schneller nach hier Feuerrate wird jetzt hier einfach nur doppelt so sein weil es zwei Waffen sind könnte man hier SMGs oder die Fledermauswaffe spielen dann noch irgendwie eine passende Rune dazu Sichtweite Feuerrate und Rückstoß pro Level wenn du Hälfte oder weniger Schaden kriegen große Gegner zurück nachdem du nachgeladen hast nach Geschwindigkeit plus 2% pro rang hm deine Schüsse haben 2% Chance pro rang sind oder post pro Feuerrate nach Lade Geschwindigkeit plus plus 2% das wäre dann gut schnell nachladen und dann dich wieder im Kreis drehen und schließen wie will ich das gedrückt halten jetzt die ne ah einfach wieder es wird nicht teurer so jetzt müssen 8% Feuerrate nach Lade Geschwindigkeit schon mehr sein dann mit der Fledermaus Waffe und ihrem Würgelsurm drehen müsste man anstatt auf Beschwörung Waffen gehen würde ich jetzt sagen das können wir uns ja mal anschauen das Spiel macht sehr viel Spaß wer es schon hat wird wissen der anderen lohnt sich zu holen ist auch klein ist in Spiel Preis ging auch ich kann nochmal schnell gucken was das auf Steam kostet 4,99 Steam gibt es auch im Wandel mit anderen Auto Battler spielen falls man da Interesse dran hat ja auch viel zu entdecken und freizuschalten wir jetzt eben noch schnell erfahren dass es hier gute Kombinationen gibt das scheint ja richtig witzig zu sein dann wenn ich die ganze Zeit so im Kreis drehe ist das wie mit dieser Verwandlung von Fächer auf jeden Fall im Blick wert das Spiel wer die Optik auch mag danke ich mich fürs zusehen bis dann Fächer mit Fächer 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 Fächer